Pils-Wasser-Pilz Ohne Kohlensäure. Hier sehen sie einen NPC in vieler Wildbahn Er weiß nicht wohin. Soll er sich hinterm Busch verstecken doch lieber unter... Jetzt rennt er einfach um die scheiß Stange rum. What the fuck? Guck mal her jetzt hier. So, hast du jetzt genug? Noch einen! Warte, ich erlöse dich, Junge. Gleich hast du keine Schmerzen mehr. Ich schieß dich runter! Da! Was guckt die denn? Alter! Jetzt fotografiert die mich! Was geht bei dir? Du dumme Fotze! Oh, die hat genug. Das war laut. Jetzt hab ich die totgeprügelt, kommen die Bullen. Blöde Kuh! Wegen dir! Kommen die scheiß... Bullen! Ah! Oh sch... Ah! Ey, Olex! Ey, Wachs, Alter! Was geht mit dir? Was geht mit dir? Was geht mit dir? High Five! Ah! Kommen wir ab zu Marcel, der hat ne geile Gutsche. Ja, geh mal rein. Ordentlich ein Saufen erstmal, ey. Marcel! Marcel! Oh, es klingelt! Marcel! Hallo, wer ist denn da? Könntest du ein bisschen lauter reden, bitte? Der Pilot, ich will rein! Willkommen! Herr, ähm, anderer Pilot! Meine Bude hier, verstehst du? Alter, geil! Alter, lass mal einen saufen jetzt. Leute, ich hab hier richtig geilen grünen Saft, ne? Den hab ich hier gefunden. Und der Witz ist, wenn ich den trinke, dann ist der sofort wieder da. Ein früherer Januar. Pass auf, ich zeig dir das jetzt. Ich zeig dir das jetzt. Pass auf, ich trink den jetzt. Was machst du denn da? Warum... Was machst du da grad mit meiner Flas... äh, Flaschenvase? Oh Gott. Du hast meine Blume angezündet! Hier ist keine Blume. Die Vase hier, da war Blume drin! Ähm, das stimmt nicht mit meiner Sicht. Mein Gott, keine drei Minuten da. Schon sind die dichten, die jetzt packen. Ich guck jetzt erst mal ein bisschen Fernsehen. Boah, ich hinde die Uhr auf. Boah, ich hinde die Uhr auf. Alex, geh aus dem Bild! Du bist nicht durchsichtig! Das ist ein umgedrehter Penis. Junge, geh weg da! Ich seh nix! Was macht ihr da mit seinem Cock? Was? Ich will hier weg. Mehr! Ich will hier weg! Mehr! Steh auf! Ich meine... Hilfe! Ich brauch diesen Whisky in meine Nase! Tuch ihn da rein! Mehr! Es ist so wundervoll! Das wollte ich gucken. Da! Ich kann nicht mehr! Alex! Alex, nicht so nah am Fernseher! Dann kriegst du Quadrataugen! Ganz schön anstrengend! Das war dein Pipi! Hm? Und irgendwann hat mein... Oh mein... Oh mein... Ich kann nicht mehr! Ohhhh! Geil! Du bist ja voll soff, Junge! Überraschung! Max! So, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Runde GTA! Hi! Online! Online! So, ich hab ein Auto... Du hast übrigens mein... 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 ich hab ein Auto! Ich hab ein Auto! Ich hab ein Auto! Ja! Baseball! Ich bin Baseball! Ich bin Baseball! Oh... Baseball Schläger! Junge! Lass mal da hinten zur Baustelle links! So, hier stell' ich aus! Ja, ich auch! Au! Ohhhh! Geil! Ey! Hört mal... Wer da hämmert! Oh fuck ey! Oh sorry! Das ist das! Das ist das... Komm her, Junge! Bam! Und hör... Auf die Rübe! Beser! Kann was wie... Hui! Bullen! Scheiße! Und tschüss! Ich hab ihn... AAAAAAHHHHHHHHH! AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! Alter, ich wollt nur näher an den Rand! OOOH! AAAAAH! 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 Da ist der Heli! Komm, schnapp ihn dir, Alex! LOL, die Bullen ist doch scheißegal! BOOM! Und... WOW! Das war krass, oder? Okay, ich sorg hier am Boden für... WOW! Der hätte dich versucht... Luftsicherheit! Aber pass auf, dass du die nicht hochsprengst, wenn ich in der Nähe bin! AAAAAH! AAAAAH! Was war das denn? LOL! Was ist... was ist da denn passiert? Ja, wunderbar! Stirb! AAAAAH! 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 Okay, ich lebe! Okay, wieder hoch, ne? Wieder hoch! Achso, ist das hoch? Ja, ich geh gerade auf den Kran! Auf den Kran, wäre geil! Alex, ich komm runter! Ich spring da jetzt rüber! AAAAAH! 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 Oh, hier ist ein Polizist! Gut! AAAAAH! Hey, hey, hey! Ich mag euch nicht! AAAAAH! LOL! Was war das denn? Einmal geknallt! So, ich schlage vor, wir... WOW! LOL! Ich schlage vor, wir... WOW! LOL! WOW! Ich schlage... WOW! 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 Action! So, ich mach jetzt hier... Mechaniker... So, hast du davon... Bring mir eine geile Scheißige... Jetzt kriegst du noch eins in die Fresse gelatscht, ey! ALARM! 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 Ich hab ein Fahrzeug für uns! Au! Leg mal alle flack dir! Au! Ja, da sind die Bullen! Kommst du ran, Alex? Ja! Die haben genug gleich! Okay! Au! Alex! Steig ein! Ja, wenn du dich losfährst! Los! Alter Jun... Haut ab, Leute! Hier rechts ist einer! Ja, den ficken wir jetzt! Der Katze... Überfahren! Ja, er liegt! Nice! Josef Stahl ihn ist tot! Josef Stahl ihn! Josef Stahl ihn! Hier! Der hebt da gerade ab! Der hebt da gerade ab! Ja! Ja, warte! Warte! Halt! Derp Sarkassens! Und weg! Äh... Ich glaub ich krieg ihn! Doch, ich hab ihn! Lol! Ich hab ihn übel abgeholt! Alex, wo bist du? Ich bin hier unten! Komm, ich komm, ich komm! Komm, komm, komm! Äh! Äh! Ne? Hebe ab! Fahr! Ja! Warte, ich schieß die ab! Ja! Warte, ich schieß die ab! Schieß doch auf uns! Wir können doch gar nicht so schnell fliegen! Ja! Ich hab den Fehler! Ich hab den Piloten weggeballert! Jetzt sacken die ab! Ja! Ich bin bei euch! Vier Sterne! Jo, Alex! Wohin Flieger war! Der wird schlecht! Mir ist so schlecht! Wo ist der? Ah! Wo ist der? Ah! Oh! Oh! Ich muss flüchten! Wir rauchen! Ja! So wird man nicht Raucher hier! Gebäude! Ah, da seid ihr! Achso! Komm, wir holen Marcel noch ab! Okay, geil! Du musst in Fahrtrichtung links einsteigen, Marcel! Fahrtrichtung links! Es hört sich gefährlich an! Oh mein Gott! Pop, 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 pop! Wow! Hä? Mach! Oh mein Gott! Da sind meine Freunde! Ich erkenne sie an Fahrstil! Ja! Ich komme heiß rein! Ich komme heiß rein! Woll ich euch helfen? Das klappt nicht! Ich baller die mal weg! Ah! Ah! Die haben mich gekillt! Die Pisser! Mach es! Eher mich auch! Ah! Ah! Tschüss! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dein ist Marcel! Komm mit der Polizei rüber! Okay, ich bin der Agent, Leute! Ich führe das Einsatzkommando! Shit! Schläge auf leichten Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen! Auf leichten Hinterkopf, Alter! Loll, denen ist das scheißegal! Ich habe die gerade übel eine rübergezogen! Ich rette dich, Max! Ich habe gesagt... Wow! Lass den in Frieden! Aua! Oh, die töten mich gerade! Dahinten sind meine Freunde! Da ist er! Ah, ich werde abgeschossen! Wow! Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid! Bleibt, wo ihr seid! Ah! Fahr weiter, Max! Was macht der? Ah! Warum springst du aus dem stehenden Auto? Au! Hier, hier, hier! Seid doch wahnsinnig! Alter! Ich dachte schon, du steigst als Beifahrer ein! So! Los geht's! Ah! Was? Was ist mit dem los? Brauchst du aufs Schmaul, Junge! Komm ran! Äh, jetzt... Ich schuess! Okay, rein, rein, rein! Rutsch! Geh, 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 geh! Ah! Ah! Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir entkommen jetzt erstmal der Polizei und dann bringen wir ein paar Gangster oben! Wir sind ja ein paar... Oh, fuck, oh fuck! Hau ab jetzt! Scheiße! Ich seh da zwei Hofi, zwei von Over. Ah! Hofi? Der Masseill macht netz... Ah! Ich will da rüber! Was macht der denn hier? Der Masseill fährt schon wieder, Alex. Ja... Oh nein! Ahhhh! So, Picknick! Tschüss! Bis gleich! Picknick! Hahaha!